Hallo meine Puppe, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Neuer Hintergrund, immer gleiches Schminkzimmer. Und was man leider nicht sieht, ist, ich habe ein LED-Light, was auch Party machen kann. Nur Moment, schnell, ich zeige euch das schnell. Wie in der Disco. Nur, es, ja, ich verdecke das Licht. Was machen wir? Machen wir. Wo ist das? Machen wir so. So. Das Licht ist von Ikea abgefunden. Das hat so ein... Ein... Eine Fernbedienung, was auch immer mit einem, wo man das Licht einstellen kann. So. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um die Pinkbox. Und zwar zwei Pinkbox, zwei in einem Video. Weil, das, die letzte Pinkbox, jetzt haben wir diese vom Januar und vom Dezember, denke ich. Und, ähm, es ist so, weil ich, ja, ich hatte leider keine Zeit im Dezember, weil, ihr wisst ja, ich habe ganz viel Zeug zu tun gehabt und ich habe sie nicht mal aufgemacht. Ich weiß, dass sie ganz früh gekommen ist. Sie ist vor Weihnachten gekommen. Oh. Ja, jedenfalls, aber ich habe hier zwei. Jetzt möchte ich natürlich zuerst die vom November aufmachen. Ich denke, das sind jetzt die. Schauen wir mal. Ähm, ich habe natürlich, Pinkbox schickt nachher ein E-Mail, wo man sieht, was alles drin ist. Ich habe, ich weiß, dass ich das gesehen habe vom November. Und es hat so eine, nicht eine Schlafmaske drin, denke ich, wenn ich mich richtig erinnere, sondern so eine, wo man kann zum Beispiel in den Kühlschrank tun oder einen Gefrierer. Und dann nachher, wenn man geschwollene Augen hat, kann man das drauf tun, dann kühlt das. Ich hoffe, ihr wisst das mal. Das möchte ich, ich hoffe, dass das drin ist. Mega. Und, ja, und jetzt in dieser Box habe ich gesehen, sind die Redken Shampoo drin. Das ist genau das Shampoo, was ich benutze, was ich so liebe, weil die recht teuer sind, aber die sind so cool. Und die machen auch meine Haare. Die machen die Haare. Ja, jedenfalls. Ähm, ja, fangen wir gleich an, weil ich habe keinen Bock hier, dass ich euch die tolle Langweile und das Video 10 Stunden dauert. Machen wir das auch. Oh, so cool. Oh, die hat ein cooles Design. Das ist ja mega süß. Ja, das ist die vom, also die vom Weihnachten. Sieht ihr was? Ich hoffe, ich hoffe, dass ich es schaffe. Ich denke schon. Das ist so süß. Oh mein Gott. Das ist echt ein süßes Design. Ich finde das echt cool. Aber es war echt super süß. Ihr wisst, ich schmeiße die Boxen nie weg. Ah, und dann war denen auch ein Sticker mit Frohe Weihnachten. Danke, ich bringe die Boxen. Frohe Weihnachten, jetzt bin ich. Oh mein Gott, so. Schauen wir mal, was es ist. Filme ich? Ja. Also, als erstes hat es hier das Käptchen. Dann hat es hier eine Werbung auf Französisch und auf Deutsch. Von Rexona Dorf mit Deo. Und schauen wir mal. Als erstes habe ich ein Deo drin. Das ist Woman Rexona. Deo ist immer gut. Ich brauche Deos, weil ich nicht schminken möchte. Also, Woman Rexona Long Lasting Protection Cotton. Ja, schauen wir mal gerade. Ich werde die Preise jetzt sofort zahlen, weil sonst, wenn ich das nachher sage, dann geht das zu lange. Also, Rexona. Genau, 75ml werden 5.95€ und das ist ein Full Size. Also Wert 5.25€. Ich werde den Endwert hier einblenden. Jetzt habe ich schon beinahe gesehen. Ja, okay. Das nächste ist, uh, von L'Occitane. Eine teure Marke, aber auch eine coole Marke. Und das ist, ähm, Ultra Rich Lotion. Late, Late Ultra Rich. Das ist von L'Occitane. Das ist mein Erstprodukt, das ich von L'Occitane habe. Ja, ne? Also, 250€. Aber das ist eine ultra reiche Körpermilch. Und, ja, das wäre, wie viele Milliliter sind das? Ich denke, hier steht 250ml, kosten 38 Franken. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Ich sehe das jetzt nicht. Vielleicht, wenn ich das jetzt sehe, nachher beim Schneiden, beim Widerschneiden, werde ich das jetzt hier einblenden. Und, was ich jetzt gesehen habe, wir haben zwar einen coolen Verschluss. Seht ihr das? Und, mh, die riecht fein, die riecht nach Körpermilch. Cool, cool, cool. Also, nächstes Produkt von Chorus. Ich denke, von der Marke war schon mal was drin. Also, das wäre ein White Tea Cleansing Gel. Schauen wir mal, das sagt man momentan nichts. Ein minderschäumendes Reinigungsgel für alle Hauttypen. Das reinigt und erfrischt, ohne die Haut auszutrocknen. Mit Haferprotein, weißen Tee-Extrakten und klärenden Mineralien angereichert. Spendet es der Haut Feuchtigkeit und bietet einen oxidanten Schutz. Das kostet 200ml, das sind 29,90 Franken. Und das ist... Und das ist... Wenn ihr den Geschäft kaufen würdet. Und ja, weil die Pinbox kostet ja 19,90 Franken. Aber ihr müsst kein Versand zahlen. Und das ist alles schon inklusive und eben den Wert von diesem... Hat er schon... Nur mit diesem Lidschatten hat es schon überschritten. Und das ist... Ich nehme die Farbe, die heißt Minimalism. Minimalism, ja. Ich muss sagen, für diese Marke habe ich glaube... Ich bin jetzt hier in der Jarten und habe noch nie was von der Marke gehört. Aber das ist ein großer Lidschatten, wie ihr das seht. Und das ist so ein tolles, so blau glitzerndes, goldenes. Und eigentlich... Ja, so schimmernden. Okay. Ich hoffe, ihr seht das. Das erinnert mich sehr an eine Collection von... Collection! eine Collection von MAC. Die war sehr alt. Habe ich das echt hier? Dann kann ich euch das schnell zeigen. Ah, okay. Ich habe es gefunden. Das war eine uralte, uralte... Limited Edition von MAC. Das ist Young Punk... Young... Young... Ich rede... Young, 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 Young. Ich rede chinesisch. Young Punk Eyeshadow. Erinnert ihr euch noch an diese? Also von der Größe sind wir ungefähr gleich. Ja, sind wir gleich. Okay, das funkt jetzt mehr. Witzig. Hier sehen sie ähnlich aus. In der Kamera sieht das eher bläulich aus, was ich jetzt hier sehe. Aber das erinnert mich jetzt mega an den. Weil das so schwarz ist, aber mit so einem... Mit so einem lilanen Schimmer. Okay, na hier sieht man, das von MAC ist eher glitzernd. Und das obendran ist eben eher ins bläuliche, blau, violett, ja. Und das andere ist eher so pink. Genau, das heißt, man ist jetzt ins Sinn gekommen, wo ich den gerade gesehen habe. Toll, eben mega großen Lidschatten. Der wird sicher nie leer gehen, aber für ein... Ich kann mich richtig vorstellen, so ein cooles Smokey Eyes. Und kann man das sicher machen. Ich muss schon mal die Finger säuben. Und... Ah, dieser Lidschatten eben 19.90 Franken. Gehen wir weiter, sonst dauert das ein bisschen zu lang. Ist das schon... Ne, da ist noch was drin. Ich hatte die Maske nicht drin. Ich hatte drin jetzt ein Pflegeschampoo von Nivea. Das ist hier eine Probe. Und Color. Color, sehr gut. Ich habe korrigierte Haare. Das sind 50ml. Full Size wäre 250ml. 3.95 Franken. Und... Der richtige Preis. Der Wert von diesem steht hier. So, hier werde ich jetzt auf dem Schluss den Wert, den effektiven Wert von der Dezemberbox schreiben. Was ich super freute. Also, ich entschade, dass ich die Maske nicht drin hatte. Ah, wiederum. Dafür habe ich jetzt das Ding von L'Occitane. Das Ding. Die Körpercreme von L'Occitane drin. Was ich sehr, sehr cool finde. Und ja, eben das Design der Pimpbox ist echt zuckersüß. Beautiful, herzig. Und ja, gehen wir schnell, schnell, schnell weiter. Wir müssen wissen, wie viel habe ich schon gepasselt. Wir müssen die zweite aufmachen. Das ist die, die Jeska gerade gekommen ist. Ich bin da nicht zu spät. Ich bin gespannt. Die ist natürlich normal, wie immer. Die Pimpbox, ich finde immer nicht so cool. Ta-da! Wie immer gleich. Die ist... Ich muss irgendwie ein Heft drin haben. Schauen wir mal, schauen wir mal. Okay, genau. Das ist das Kärtchen. Ah, dann hat... Dann hat sie... Das ist eine Probe von... Für... Ah, hier ist... Happy Valentine's Day. Valentine's Day. Tu deinem Liebsten etwas Gutes. Diesen Teil abnehmen und Karte überreichen. Hier ist eine Probe so. Ich verstehe es nicht, wieso ich das habe abkupolen müssen. Weil das hätte man ja eigentlich auch dran lassen können. Jedenfalls kann man nicht aufmachen. Ich dachte, dass man es vielleicht aufwinken kann. Jedenfalls ist es für den Mann, denke ich... Jo, Männer. Ja, Männer. Eine... Männer. Von... Für die Männer. Das kann ich meinem Schatz schenken. Ich weiß nicht, ob das benutzen wird. Aber ich werde es ihnen geben. So. Ta-da-da-da. Ta-da! Das erste, was mir reinfällt, reinfällt ins Gesicht. Ist dieser Schwamm, was ich super toll finde. Weil meine... Ich benutze auch einfach so einen zum Duschen. Nur, meiner ist pink, den ich jetzt habe. Aber der ist alt, den muss ich jetzt wegschmeißen. Und jetzt habe ich einen neuen und muss kein Geld geben. Und das ist von der Marke Elina. Elina Duschschwamm. Das ist natürlich Originalgröße. Ähm... Ich weiß nicht. Ein Stück kostet 4.50 Franken. Krass. Dann sehe ich wieder von Nivea was. Und eine Duschcreme diesmal. Vor... Letztes war ein Shampoo drin. Hier ist eine Duschcreme. Das ist auch Probegröße. Nivea Super Touch Cream Dusche. Ist das so eine Art, ähm... Ist das, was ich in der Werbung gesehen habe, dass man... Eben, wenn man sich... Das ist wie eine Creme Dusche. Dass man nachher gepflegte Haut hat und nicht so ausgetrocknete Haut hat nach dem Duschen. Ich denke schon. Ähm... Full Size wären 250 Milliliter. Wären 3 Franken. Aber das sind nur 50 Milliliter. Und das. Dann sehe ich hier als nächstes das Thermalwasser von Aven. Ich weiß nicht. Ich denke, das blendet jetzt zu sehr über das Licht. Aber ungefähr wisst ihr ja, wie das aussieht. Ähm... Ja, das ist... Nein, das ist eine Mousse Cleansing... Von... Von... Ähm... Mousse Nettoyant. Schauen wir auf unserem Hilfeszettel nach. Ähm... Avene... Eau de Thermal Avene. Mattierendes... Ah! Mattierendes Reinigungsschaum. So, jetzt haben wir es. 150 Milliliter wären 19 Franken 90. Und hier sind drin 50 Liter. Gerade wirklich. So, das ist örtlich. Ich bin nicht kassiert. Alt bist. So, ähm... Reinigungsschaum bin ich sehr gespannt. Ähm... Der mattierende Reinigungsschaum von... Ö... Ö... Thermal Avene. Mit seiner leichten und cremigen Textur lässt sich einfach auftragen und abspülen. Durch den Former ist der Schaum unkompliziert. In der Anwendung und dank der minimalen Anzahl an Inhaltsstoffen geeignet er sich besonders für empfindliche Mischhaut. Das war drin... Und jetzt sehe ich zwei Sachen und ich tolfen weiß nicht weiter, was das ist. Und einmal ist das das. Das ist... Ist das ein Nagellack? Ich denke, Holographic von Teats. Ja, doch, jetzt dachte ich, wie ist das ein Lippenstück? Nein, klar, das ist ein Nagellack. Ähm... Das ist ein holographischer Lack. Und das ist so eine... Ich würde sagen, eine ins Bronze gehende Farbe mit so Holo... Mit so... Also mit so Holo Schimmer, Blau, Gold, Violett. Das, die man, wo ich jetzt noch nie gehört, von Teats... Von Teats mit drei E. Teats, ähm... Shine of Stones Nail Lovewear. Nicht meine Aussprache. Das ist ihr bitte. Nein. Okay, ähm, das, ich denke sicher, das ist Full Size 8,5 Milliliter. Ich denke sicher. Ähm, sind 16 Franken 95. Ja, also, diesem Nagellack, ich... Ich mache schon alles kaputt hier am nächsten Tag. Ähm, das ist am Nagellack einen Wert von 16 Franken 95. Dann hat es noch etwas anderes drin, was ich nicht weiß, was das ist. Und zwar... Das von SoSuzanne. Aber, what is this? Eine Mascara, denke ich. Eine Mascara, so dünn? No? Eine Mascara! Eine Mascara von der Marke O'SUSANNE. O'SUSANNE. O'SUSANNE Flutter Mascara. Das ist sicher Full Size. Hat auch einen Wert von 19 Franken 95. Ich werde euch hier wieder den, ähm, den End... Ich will nicht, nein, den Endwert-Scherche... Den Endwert hier hinschreiben von der Box. Das bin ich jetzt gespannt. Ähm, Skincare, Color & Performance. Die intensive carbon-schwarze Mascara von O'SUSANNE verlängert die Wimpern schon nach einmaligem Auftragen. Die längliche Bürste mit extra feinen Borsten garantiert ein voluminöses und multidimensionales Wimpernaufschlag. Jetzt bin ich gespannt. Was heißt... Lange Bürste... Was geht jetzt kurz? Ähm... Die längliche Bürste mit extra feinen Borsten. Okay, weil so eine Mascara, die so ein Bürstchen hat, die ist perfekt, um die Wimper zu trennen. Und die gibt nachher, ähm, nicht Volumen, aber sie gibt Länge. Ja, sehr, sehr gut. Wie viel habe ich gefilmt? Ja, 17 Minuten. Super. 15 Minuten verschneiden. Und ja, so, das waren meine Boxen. Am Schluss möchte ich Ihnen etwas sagen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mitbekommen habe. Also, es gibt online eine Pinkbox-Tauschbörse. Habe ich das richtig verstanden? Das habe ich irgendwo mal mitbekommen. Sozusagen, man kann die Produkte gegenseitig austauschen. Falls das wirklich so ist, oder dass ich das nicht selber erfunden habe, jetzt irgendwo das erträumt habe, könnt ihr mir das mal unten in den Kommentaren schreiben, falls ihr das wisst. Und ihr kommt aus der Schweiz, weil ich bin echt wunderschön, ob das so stimmt. Und das wäre voll eine coole Sache, ne? Und ja, falls das nicht stimmt, dann tut mir das leid, dass ich das irgendwie falsch oder falsch verstanden habe. Also, das ist nicht von Pinkbox organisiert, sondern von privaten Leuten. Und ja. So, was muss ich sagen? Ich hatte leider beides mal Pech. Ich hatte das Shampoo nicht drin. Und ich hatte diese Maske nicht drin. Aber dafür hatte ich sonst tolle Sachen drin. Was ich jetzt am wenigsten Freude sozusagen habe. Ich denke, ich werde verschenken den Nagellack, weil ich noch die Höhlenübel habe. Das ist aber so ein neues Design. Ihr fragt ja immer. Ich habe es gar nicht auf Instagram bestellt. Vielleicht jetzt, wenn das Video kommt schon. Dann, an diesem Schwamm habe ich sehr Freude. Und dann sind jetzt die Sachen schon hin. An diesen Schaum. An das Deo. Weil ich habe immer jetzt im Auto, in der Tasche, zu Hause und in meinem Badezimmer und in meinem anderen Badezimmer. Und als im Stapz. Weil ich hasse. Ich mache diesen Stinkschweiß voll nicht ab. Und ist das jetzt alles? Ah, klar. Und natürlich, diese Bodymeat von L'Occitane, die riecht echt super toll. Und ja. Ja. So, entscheiden wir uns, ob dieses Tauschpürstel das richtig gibt. Und ich hoffe, dass es die gibt. Und ich habe mich falsch verstanden. Und ja, ich möchte das Video nicht allzu lange behalten. Ich hoffe, ich denke, ich werde jetzt sofort schneiden und sofort online stellen. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten. Und wir sehen uns bald wieder. Ich habe euch lieb. Und ich schicke euch einen riesengroßen Schmatzer. Mua.